hallo und einen wunderschönen späten nachmittag ja langsam ist es fertig hier mit dieser winterjacke ich weiß es wird langweilig aber das ist einfach meine hunde spaziergang outfit und ja da bin ich immer total kreativ und heute wollte ich noch kurz über dieses seminar in stuttgart den workshop am 26 mai in stuttgart sprechen und zwar ist es kein dr joe dispenser retreat seminar sondern es ist ein workshop von mir wo ich darüber spreche wie man im täglichen leben seine denkgewohnheiten seine seine persönlichkeit immer wieder verändert so dass man sie letztendlich wirklich schnell wird dass man wirklich schnell diese persönlichkeit ist die man sein möchte weil es ist wahnsinnig toll zu meditieren und sich zu verbinden und ins feld zu gehen und so weiter aber wenn du jedes mal nach der meditation wieder zurückkommst in dein altes leben und deine alten gewohnheiten in deine alten denkmuster in deine alte vorstellung dann machst du zwei schritte vorwärts und zwei schritte zurück und bleibst an der stelle du hast keine großartigen ergebnisse und ich bin einfach der meinung aus meiner eigenen erfahrung jetzt an mir persönlich und aus meiner erfahrung als coach es ist unwiederbringlich dass du dein komplettes leben aus einer neuen perspektive siehst dass du dich als neue persönlichkeit wahrnimmst dass du jeden schritt jede minute in deinem leben als die neue persönlichkeit begehst da braucht es einfach eine unglaubliche disziplin eine überzeugung und vor allem eine entscheidung und es gibt so viele tricks und kniffe wie uns der verstand immer wieder dazwischen plappert und uns sagt es geht nicht und vielleicht geht es bei mir nicht und vielleicht bin ich die einzige und so weiter und so fort und diese geschichten gilt es aufzudecken schonungslos und sie um zu programmieren und zwar wie in einem fitnessstudio unser ganzes leben ist ein fitnessstudio wir machen die fitness für unsere neue persönlichkeit und da gibt es viele übungen viele viele perspektiven viele ansichten die uns helfen können wenn wir die verfolgen wenn wir das glauben unser neues ich unser neues sein wissen wer wir wirklich wirklich sind und so durch die welt laufen und diese energie auch ausstrahlen dann bekommen wir das was wir uns wünschen und das ist so so wichtig und es ist eben das was dr jody spencer bewiesen hat dass es geht und die dinge die ich weiß die noch weiterhelfen die es beschleunigen dieses neue schöne leben zu leben die will ich euch weitergeben an dem sonntag es geht darum auch eine coole energie zu haben leute kennen zu lernen untereinander die den weg schon begangen sind und wie die melinde die da sein wird und erzählen wird was sie allein in sechs wochen geschafft hat und wie radikal sie eine andere persönlichkeit werden musste und wie radikal sie aber auch ergebnisse gesehen hat es geht um zusammen sein es geht um sich auch auszutauschen und es geht wirklich darum eine frise frische luft zu schnappen und zu wissen hey der weg ist gangbar der weg ist gut der weg ist richtig der macht riesig spaß auch wenn vielleicht nicht das groß in meinem umfeld diesen weg geht aber ich gehen weil ich habe mich entschieden ein gutes gesundes glückliches leben zu leben und ich mache diese online coaching und sie sind wunderbar und ich möchte endlich mal wirklich in dieser energie mit diesen tollen menschen stehen und meine energie aussprühen wir werden zusammen eine g meditation machen freiwillig in der früh wer lust hat und nach dem seminar es wird etwa 13 uhr fertig sein gehen wir noch freiwillig zusammen essen ist natürlich keine pflicht und werden uns kennenlernen wir werden uns austauschen und ich werde aus meiner schatzkiste plaudern und euch das mit auf den weg geben und euch noch mal einen push noch mal einen drive zu geben und euch noch mal bestätigung zu geben ihr macht es gut und richtig und bleibt dran und ja den ganzen tag 24 stunden lang sind wir schon die neue persönlichkeit und ja es gibt viele sachen die so einfach und banal sind ich euch mitteilen kann und mitgeben kann und ich werde mich riesig freuen über jeden weiteren der da ist die kosten die halten sich total im rahmen ich habe es wirklich auf 60 euro begrenzt und ich würde mich riesig freuen wenn ganz ganz viele von euch da mal rein schnuppern würden ja schreibt unter diesen post wenn ihr noch fragen habt unklarheiten und ja vielleicht sieht man sich alles liebe patricia tschüss